Willkommen zurück zu Dishonored. Hier waren wir stehen geblieben. Hier machen wir weiter. Was gibt es hier noch? Ein Rune? Eine Rune, eine Rune, ein Knochen-Artefakt. Alle, aber in dem Haus. In dem Haus ist es okay. Da kommen wir noch nicht hin. Also in der Golden Cat. Da ist der Kunsthändler. Du greifst nah und dann darfst du weit weg. Den hätten wir beseitigt. Ninja-Sprung war das. Gibt es hier noch irgendwelche Wachsoldaten? Wenn ja, dann möchte ich sie jetzt alleweil weg. Hä, der hat mich gesehen, obwohl ich hinter ihm stand? Oh, nicht gut. So, wie war das? Was hat die neue Rune gemacht? Ach du Kacke. Ich bin schneller mit Person auf dem Arm. So, wie war das? So, wie war das? So, wie war das? Danke auch dafür. So, sag mir mal, wer hier noch so ist. Oh, die sehen mich immer. Was machen wir falsch? Ach, jetzt ist Tarn. Dann könnte das liegen. Perfekt. Perfekt. Ach so, zurück geht ja mit dem Sprung jetzt nicht so einfach. Wenn wir dieses Leute aus dem Weg bringen hier, ne? Das ist schon irgendwo lästig ja auch. Na, wir haben es geschafft. Direkt drucken geht es hier irgendwo rein. Und das Ehrenwertehaus, die Golden Cat. Anscheinend nein. Ach, hier waren wir ja schon mal. Was? Oh nein! Ich dachte, sie hat vielleicht gerade Zeit. Ich habe Geld dabei, aber anscheinend... Nein. Doof gelaufen, Lady. Sollte sich einen anderen Job suchen. Das ist echt gefährlich. Boah, hässlich. Du! Dann können wir ja mal wieder durch den Haupteingang, oder? Oder haben wir irgendwelche Nebeneingangsschlüssel bekommen? Scheiße. Alles ruhig. Wo ist Morgan hin? Im Erdgeschoss. Im Elfenbeinzimmer. Wo er immer ist. Sie sind Zwillinge. Kannst du sie... So mache ich das. Die Mädchen haben wohl andere Methoden. Ja, davon will ich nichts hören. Die Pendleton sind hier. Du solltest auf deinem Posten sein. Na los, du solltest auf deinem Posten sein. Dafür kannst du entlassen werden. Unglaublich. Ich denke, du hast kaum etwas getrunken. Wach auf! Die war wenigstens leise. Was ist denn mit dir los? Die Seuche. Komm, geh weg oder so. Aber lass mich ihn überwältigen. Oder dich. Ich kann auch anders. Ich speichere an dieser Stelle. Mach's die fertig. Weil ich ihn anscheinend ignorieren kann. Und die nächste. Ja, die sind alle so... Nee, die Schminke gefällt mir nicht. Ich würde hier nicht wohnen wollen. Der ist anscheinend bereits betäubt. Na gut. Das nehmen wir mal so hin. Aber jemand zu schnell für uns. Ist hier der Lust-Tempel oder was? Hier sind mal einer an seinen Wachposten hier. Wurde auch Zeit, dass mal... Einer... Ja, jetzt nicht mehr. Oh. Aber er wäre... Jetzt kann ich dich. Oh, nein. Ich habe gerade gespeichert. Wenn das jetzt schief geht... Ich muss ihn abknallen. Oh, mach mal nie wieder so ein Schiss, ey. Die haben Geld dabei. Ja, lohnt sich. Zu zweit ist immer schwer. Vor allem, die werden in beide Richtungen gucken. Oh, sind wir gut. Wir sind so künstlerisch begabt. Ich sollte auch von Emily zu suchen. Und dafür stattdessen Hafe spielen, ja. Es war schön, das Spiel. Man sieht sich hier. Ich verabschiede mich. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss, nein. Und nur Wind oder sowas. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Der Wind, der Wind, der ist hier noch nicht zu gehen. Und so. Was ist das denn? Wieso kuscheln die da, während es ein R hier alleine rumläuft? Und die einzige Wache... Okay, die einzige Wache ist das, hat einen anderen Grund. Aber... Widerlich. Mach mal nicht. Das ist hier ein Leerspiel, ja. Ja, ist aber... Aber... Echt, das ist ein Benehmen, das wieder hier ist. Ja, da muss man ihn erstmal zurechtweisen für. Hey Mädels, ich will ja gar nicht stören. Also eigentlich ist es auch nicht schlecht, so neben denen zu stehen und die sehen ja nicht. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Hä? Um Hilfe schreien geht nicht. Um Hilfe schreien geht gar nicht. Dann sind die weg und dann kriege ich einfach. Ah, Mann, oh. Äh, sei. Da ist nur Essen. My point of interest are there. Büro von der Madame. Elfenbeinzimmer. Konzela. Endlich. Seit 20 Minuten musste ich so ausharren. Deine Schritte klingen etwas lauter. Hast du etwas zugenommen, Schätzchen? So wie letztes Mal, verstanden? Langsam. Und nur auf mein Kommando den Stromstoß aktivieren. Verstanden. Und das Stichwort heute Nacht ist, sagen wir, Rache. Hörst du's? Hörst du's? Dann stopp. Einmal zu viel und du kannst dir eine neue Stelle suchen. Konzentrier dich bitte. Oh, das war gut. Oh, das war gut. Das habe ich verdient. Soll ich dir sagen, warum? Die Pendeltons sind hier nicht wahr? Fangen wir mit ihnen an. Ich habe sie betrogen. Ihn Tausende gestohlen. Du bist skrupellos. Hör nicht auf. Ich sag dir alles. Das Erbe der Pendeltons war mehrere hunderttausend wert. Ich habe ihnen gesagt, es sei nur Schrott. Rache, Rache. Das war perfekt. Aber mehr vertrage ich heute Abend nicht. Ja. Wir sind fertig. Genau, mehr verträgst du heute nicht. Ja. Ach, das ist schön. Wir sind fertig, habe ich gesagt. Rache, jetzt lass mich frei. Mhm. Was zum... Das macht Spaß. Wer bist du? Was willst du? Die Kombination. Der Safe? Ja, natürlich. Die Kombination ist 879. Nimm alles, was du findest. Mein Herzschlag hat schon einmal ausgesetzt. 8, 7, 9. An der Stelle dann speichern wir und gucken. Bitte, mein Herz macht das nicht mehr mit. Frag mich, was du willst. Ja, ich habe die Pendeltons betrogen. Und ich war bei den Brimsels. Sie verehren den Outsider. Ich habe es gesehen und selbst mitgemacht. 8, 7, 9. Das war der Punkt, wo er einmal zu viel abbekommen hat. Aber wohl, das ist das. Kann man ja noch... ...verantworten. Bitte, mein Herz macht das nicht mehr mit. Frag mich, was du willst. Ja, ich habe die Pendeltons betrogen. Und ich war bei den Brimsels. Ein... Was ist das? Ist das ein Masochist oder... Ne, Sadist ist der, der Schaden gerne zufühlt? Schmerzen? Ein Masochist, der Schmerzen gerne spürt. Ein, der sich ist. Nein. Wer bist du? Epic. Aber wir haben ja die Nebenmission gemacht und haben 8, 7, 9 herausgefunden. Dann können wir uns das also sparen. Es sind zwei Tote weniger auf unser Konto. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dann sind wir nur noch wegen unseren wichtigen Sachen hier. Mädels, ich will euch nicht stören. Kuschelt ruhig weiter. Überall hängen Runen an der Wand. Das ist auch so. Äh, ja. Ne? Keiner mag den Outsider, aber alle haben... Seine, seine Fragmente. Man kann die doch mitziehen. Ich hab den gerade zurückgezogen. Noch ein bisschen. Joa, ich dachte... Also eigentlich wollte ich auch nicht stören. Ah, der stört aber. Oh, bitte. Manometer. Ich hatte gerade Hunger. Warum soll ich jetzt auch noch in den Rauch, Salud? Salud? Oh, ich muss jetzt mal... Ich muss mal gleich meine ganzen Quests checken. Ich bin ein bisschen durcheinander. Ich bin erstmal nur wegen dem Knochen-Artefakt da oben und wegen der Rune noch höher. Okay, ich muss also da höher, sowieso. Okay. Das ist noch... ...unmöglich. Da oben ist die Rune direkt drin. Der Hoffnung, ihr niemanden zufrieden. Was war das? Ich kann dich hören. Oh, ich war... Zu feuerlich. Ich wollte... Erst... Rune. Hopp. Hopp. Mach schön den Boden sauber. Oh, jeez. Was fehlt uns noch? Wir haben auch erst vier von fünf Wohnen. Und wir haben so viele... ...Quests. Aber das Knochen-Artefakt ist da. Was ist denn hier noch so? Emily! Wer bist du? Warum trägst du eine Maske? Emily! Carvo, du bist es! Der Part wird überzogen. Für Emily machen wir das. Du trägst eine Maske, um herumzuschleichen, richtig? Nein! Ich spiel verstecken! Du hast mich nicht gefunden. Der kürpft im Gefängnis. Tod. Wie Mutter. Das scheint so lange her zu sein. Aber du bist nicht tot. Wir können gehen. Ich bin zweimal fast entkommen. Es gibt eine bestimmte Tür für bestimmte Leute. Ich zeig sie dir. Und wenn uns jemand aufhalten will, kämpfst du mit ihnen. Nein! Ich kämpfe nicht. In die Richtung. Hier machen wir aber einen Schnitt. Weil ich muss einen Schnitt machen. Es tut mir leid. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, es geht weiter gleich sofort in Esebart.